Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moinsen, liebe Filmfressen-Familie und Moinsen, Peter, herzlich willkommen zu dem werbefreien und dem einzigen Filmpodcast auf dieser Welt, zumindest hier in Deutschland. Natürlich, wie geht's dir, Peter? Ja, doch, den Umständen entsprechend. Ich bin ja leider immer noch arbeitslos. Kino wird ja gleich auch nochmal ein etwas größeres Thema, aber es juckt mir immer mehr in den Fingern und ich bin eigentlich jederzeit bereit, auch wieder nicht hinter die Kamera, aber vor die Leinwand zu treten und zu verkünden, dass wir endlich geöffnet haben, aber es steht leider noch in absehbarer Zukunft, aber ja, jederzeit kann es passieren und ich freue mich drauf. Wie sieht's bei dir aus? Aber hinter den Kulissen wird doch gearbeitet. Hinter den Kulissen wird gearbeitet, hinter den Kulissen arbeite ich natürlich auch. Wir nutzen immer noch die Zeit, um uns adäquat darauf vorzubereiten. Ja, okay. Um deine Frage von eben zu beantworten. Mir geht's ziemlich gut, ich bin ganz gut drauf, heute und diese Woche auch schon. Ich war letzte Woche mal wieder im Kino, also das zweite Mal nach der Corona-Pause. Das ist ja allerhand hier. Das ist allerhand und da habe ich mir den Monos angeguckt, da spreche ich nachher noch drüber und es war natürlich ein kleines Programmkino. Du arbeitest ja in einem Multiplex-Kino und das bringt uns direkt zum ersten Thema. Das da wäre? Das ich im Internet ausgegraben habe. Mit meinem digitalen Spaten habe ich ein bisschen im Internet gegraben, stimmt gar nicht. Der Wortvogel, a.k.a. Thorsten Devi, hat einen neuen Blog-Eintrag veröffentlicht. Und ja, das ist sehr interessant, denn in dem begräbt er das Kino. Er führte zu Grabe. Ja, und ich habe dir das auch geschickt, den Link dazu. Und ja, ich habe mir das durchgelesen. Er schreibt einfach unfassbar gut, wie ich finde. Und er hat da ein paar sehr interessante Thesen aufgestellt. Ja. Unter anderem, ich zitiere mal, das Kino, das so mutig gegen Netflix verteidigt wird und dessen Überleben man einfordert, ist irgendwann Anfang der 90er gestorben. So der Wortvogel. Man hat seither die Leiche mit Dolby Atmos und Digitalprojektion aufgehübscht, den Ton hochgedreht und die Sättigung der Farben. Aber es ist dennoch eine Leiche. Und die Begründung ist, dass es früher, er spricht aus seiner Warte natürlich das Kino der 70er und 80er. 80er kennen wir ja auch noch, aber auch noch vermehrt die 90er. Da gab es so 20, 30 Neustarts die Woche. Und zwar in fast allen Genres. Oder Genres, wie der Rainer sagt. Und da hat er einen ganz interessanten Aspekt, dass er sagt, heutige Blockbuster, die vornehmlich ja jetzt in Multiplex-Kinos laufen, in denen du zum Beispiel arbeitest, da wollen, diese Blockbuster wollen gleichzeitig alle Zielgruppen bedienen. Ja. Und sind nur noch auf Zielgruppe ausgerichtet und möglichst viel Product Placement und direkt noch ein Kino-Universum verkaufen etc. Und deswegen nennt der Wortvogel das aktuelle Kino ein, ich zitiere, Worst of des Megalomanen-Vernichtungskrieges um die Gunst des schnellen Euros der Zuschauer. Es berücksichtige weder Alter noch Bildungsstand des Publikums, kenne keine unterschiedlichen Geschmäcker. Das finde ich nämlich sehr interessant, weil er das in Zusammenhang mit den Heimmedien stellt, die auch im Vergleich zu früher viel, viel schneller auf den Markt kommen. Was meinst du denn so? Dass er damit falsch liegt. Oh, sehr interessant. Weil das Problem ist, dass er das Kino hier nennt. Und das Kino ist auch natürlich grundsätzlich, jedes Kino ist in gewisser Form dafür verantwortlich, was gezeigt wird, was die Leute sich angucken können. Aber grundsätzlich orientieren sich natürlich auch besonders die Multiplexe daran, was die Leute sehen wollen. Und natürlich auch vor allem das, was geliefert wird. Ich glaube nämlich, das große Problem ist daran, was geliefert wird. Von den Verleihern meinst du? Genau. Ja, aber das kritisiert er in dem Text ja auch. Ja, natürlich auch, klar. Aber es geht ja tatsächlich um das Aussterben des Kinos. Jetzt im Kontext der Corona-Geschichte wird es natürlich dazu führen, dass einige Kinos aussterben. Das wird natürlich dann leider die kleineren Kinos zuerst treffen. Nee, nee, aber Entschuldigung, du verwechselst das. Er sagt nicht die Kinogebäude, also nicht die Kinosäle und auch die Kinofirmen. Er redet von diesem Kinogefühl, was wir noch von früher kennen. Das meint er mit Kino. Wenn das in den 90er Jahren gestorben ist, das habe ich ja nicht mehr mitgekriegt. Aber du warst in den 80ern ja auch im Kino oder Anfang der 90er. Also sein Fazit ist, das Kino als sozialer Event findet nur noch auf Festivals und in Programmkinos statt. Und das ist etwas, das glaube ich nämlich auch, das ist nämlich da, da bin ich im Kino. Ich gehe meistens in Programmkinos und gucke viele Filme auf Festivals, also hauptsächlich auf einem Fantasy-Filmfest. Weil da bewusste Entscheidungen hinterstecken. Das sind Personen, die gezielt sich bestimmte Filme anschauen, auch mit der Intention, sich danach mit diesen Filmen auseinanderzusetzen. Und das, glaube ich, gab es vorher halt auch eher selten. Hm, okay, interessant, sehe ich nicht so. Das, was er halt auch sagt, und das sehe ich nämlich auch so, ist, dass, er nennt das Hollywood-Getöse, also diese großen, lauten Filme. Also die werden hauptsächlich gespielt, aber die zeigen nichts mehr, was wir nicht auch woanders sehen können. Und zwar zu Hause, über Streaming-Plattformen oder für die paar Leute, die noch physische Medien kaufen, eben über physische Medien. Also dieses soziale Event, das gibt's nicht mehr. Dieses Kino-Gefühl, dass das eigentlich schon ad acta gelegt ist und heute geht's nur noch darum, Fast & Furious 35 und sowas halt. Also ich wollte jetzt nur eine Lanze für die Multiplexe brechen. Darfst du, sehr gerne, ja. Ja, nicht nur, weil das mein Arbeitgeber ist, sondern weil die Multiplexe halt das, was er dann teilweise auch kritisiert, die Digitalisierung, das 4K, gut 4K bieten wir jetzt tatsächlich noch nicht, aber bildtechnisch auf jeden Fall schon, sind wir halt schon gut dabei. Das heißt, auch was den Sound angeht, Dolby Atmos und ähnliche Geschichten und dann halt auch solche Geschichten wie hier quasi 4D, diese Motion Seats, was ja dann auch nochmal das Kinoerlebnis etwas aufwerten kann, nicht muss. Also für mich würde es das beispielsweise nicht tun. Ich sehe das auch als Teil des Event-Kinos. Wenn der neue Mission Impossible Teil kommt und das knallt mir alles mit Atmos um die Ohren, ist das durchaus, oder halt der neue James Bond oder sowas, dann ist das durchaus auch, hat das Event-Charakter und dann ist das auch ein Erlebnis, das ich in der Form zu Hause nicht reproduzieren kann. Das können nur sehr wenige. Ja, also für mich wird das Kino auf jeden Fall, ich hatte das vor 10 Jahren, nee, vor ein paar Jahren hatte ich prognostiziert, dass das Kino maximal 10 Jahre haben wird, weil halt das Überangebot, was Streaming-Dienste etc. angeht, halt immer weiter steigt, auch wenn tatsächlich ein paar Studien, weil häufig wird ja auch gesagt, dass das Streaming dafür sorgt, dass die Leute weniger ins Kino gehen, was tatsächlich die eine oder andere Studie widerlegt hat, weil unter den Leuten, die viel streamen, sind halt vornehmlich auch sehr viele Kinogänger. Das heißt, das eine bedingt das andere nicht unbedingt. Da sind wir auch der lebende Beweis dafür, da wir auch, wir besprechen aktuelle Kinofilme, physische Medien, die wir zu Hause haben, aber auch Streaming-Angebote. Ja. Das Problem ist ja grundsätzlich auch, dass der User mittlerweile überflutet wird und gar nicht mehr so wirklich durchblicken kann, weil er hatte im Text, glaube ich, auch erwähnt, so von wegen, dass man schon sehr genau nachgucken muss, um halt die eine oder andere Perle zu finden, oder das war einer der User, die das kommentiert haben. Aber ja, das stimmt, weil die Programmvielfalt in den Kinos mittlerweile sehr gering ist. Ja, genau, das ist ja ein großer Kritikpunkt. Und da gehe ich mit. Ja, der gehe ich gerne auch mit. Das wird halt exorbitant steigen, weil halt die kleinen Kinos, die halt vornehmlich halt kleinere Filme auch zeigen konnten, die halt für den Multiplex nicht gedacht sind, weil die halt eher die breite Masse ansprechen. Und da zählen halt dann halt die, hauptsächlich die amerikanischen Produktionen halt zu, die sich halt nicht mehr an einer Zielgruppe orientieren, sondern halt möglichst versuchen, sämtliche Zielgruppen, die es gibt, zu bedienen. Genau, das ist das Problem, weil in den 80ern lief ja auch Rambo 2 im Kino. Das lief ja auch sowas wie Ghostbusters. Das ist ja nicht was für eine breite Masse normalerweise. Das sind keine Crowdpleaser in dem Sinne. Aber da laufen halt in einer Woche dann eben, dann läuft der neue Actioner mit Sylvester Stallone an, dann läuft nächste Woche der neue Arnie-Film an, dann läuft aber auch gleichzeitig noch die komische, die weirde Komödie, dann noch da der neue Horrorfilm und dies, das. Ja, diese Auswahl, das ist eben nicht mehr so. 20 Neustarts, also für verschiedene Geschmäcker eher nicht. Gibt so die Til Schweiger-Komödie, dann wieder Fast and Furious, dann der neue Marvel-Film, das war's dann halt. Der Rest findet tatsächlich meines Erachtens, oder so wie ich das erfahre, im Programmkino statt. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also schade, weil es gibt wirklich hier in Köln, es gibt wenig Multiplex-Kinos, in die ich gerne gehe. In Bad Godesberg, da wo du arbeitest, natürlich, aber das hat auch so natürlich ein paar persönliche Gründe und auch Nostalgiegründe. Ich gehe schon auch gerne in größere Kinos und Kinosäle. Wir haben ja auch in Krefeld da den Daniel besucht. Das ist auch schön, aber da, wo ich wirklich dieses Kinogefühl, diese Kinokultur, die man eben laut Wortvogel immer gegen die Streaming-Dienste verteidigt, dass dieses Gefühl kommt bei mir häufig wirklich nur in den Programmkinos oder eben auf Festivals auf. Das kann ich schon nachempfinden. Weil da die Leute sind, die deine Leidenschaft wirklich teilen. Ja, vollkommen klar, vor allem beim Fantasy-Filmfest ist ja manchmal auch noch dieses Drumherum vielleicht sogar der größere Anreiz als manch ein Film. Genau, ansonsten wird man ja auch kaum fünf Filme am Tag über zwölf Stunden verteilt überdauern, wenn das Ganze Drumherum nicht noch wäre. Das Publikum ist ein guter Aspekt, den du da ansprichst. Da kann ich ja noch aus letztem Jahr den Vergleich ziehen zwischen Joker auf Deutsch in der Spätvorstellung in Oberhausen im Vergleich zu einen Tag später in Köln, Originalversion im Programmkino. 20-Uhr-Vorstellung. Einmal hattest du halt so die, ja, soll ich sagen, die etwas grölenden Assi-Jugendlichen. Ja. Ja, obwohl das sind halt einfach pubertierende Leute, das ist auch okay. Und am anderen Tag war es halt still und die Leute haben sich auf den Film konzentriert. Das ist ja auch immer das Wichtige, diese Konzentration auf den Film. Das ist auch das, was auch heute immer noch für Kino spricht. Wer ein großer Befürworter des Kinos, sich komplett darauf einlassen. Nicht Second Screen, nicht, ach ja, zwischendurch koche ich noch was oder unterbreche den Film oder sonst was. Sondern einfach mal 90 Minuten oder teilweise zweieinhalb Stunden nur darauf fokussieren. Genau. Völlig bewusst sich etwas, im Endeffekt ist es ja konsumieren, aber es ist bewusstes Konsumieren und damit dann auch schon eine gezwungene Auseinandersetzung damit. Absolut. Ein Gezwungenes auf sich wirken lassen. Total, ja. Ich fand das immer sehr interessant, sich so damit auseinanderzusetzen und diese These mit dem, das Kino, wovon wir alle reden, ach, das arme Kino stirbt und dass es eigentlich schon längst, ja, begraben ist. Ich sehe da auch nicht alle Aspekte so wie der Wortvogel, aber ich fand das sehr interessant. Also für Leute, die da mal Bock haben, Wortvogel.de, sich einfach da mal den aktuellen Beitrag durchlesen, oder Peter? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Mann, der besucht ja auch jedes Jahr das Fantasy Filmfest und schreibt da auch ganz tolle Filmkritiken zu den jeweiligen Filmen. Ja, und das ist eine coole Community, da gibt es auch immer sehr kontroverse Diskussionen. Vor allem Regenaustausch, ne? Ja, genau. Das sind wirklich alles Filmfreaks und da sind die verschiedensten Meinungen zu finden und zum Großteil wird sich da zivilisiert ausgetauscht. Ja, definitiv. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen am Alter der Leute, die sich auf der Seite bewegen. Ja, das mag sein, das mag sein. Also unser Alter und sogar noch ein bisschen älter. Wo wir gerade bei Streaming-Plattformen waren, sind wir mit dem Thema so erstmal durch? Ja. Das haben wir mal gerade vorgestellt, ein bisschen angeregt zum Diskutieren. Wetten, das war's? ist ein Format, das es auf Netflix gibt, von und mit Frank Elstner und sein Sohn macht die Bühnenausstattung. Es ist immer so ein intimes Gespräch, früher hätte man gesagt, es ist ein Talk, ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Jetzt ist es so, dass der sich dann immer Gäste einlädt, aber immer einen Gast oder eine Gästin natürlich. Wir müssen ja Gender hier bedienen. Da hat viele interessante Menschen da eingeladen, unter anderem war Charlotte Roche da. Ja, ich halte nicht viel von der, außer möglichst Abstand, aber das ist doch sehr interessant, was da alles rauskommt. Lena Meyer-Landrut, der hatte den Böhmermann auch mal da und so weiter. Ich habe mir letztens das angeschaut mit Daniel Brühl. Und der hat auch ein bisschen, ja, übersuchtet. War der bei dir oder? Ja, bei mir im Wohnzimmer. Ja. War der mit dem Frank Elstner. Ah, cool. Und beide immer im Fernsehen, im Netflix-Stream saßen wir drin und schwammen gegen den Stream. Das ist ein sehr schönes Gespräch, weil Daniel Brühl natürlich, der kommt aus einer Film-Fernsehen-Familie, ist selbst Schauspieler und steht jetzt vor seinem Regie-Debüt. Das heißt also, ein interessantes Thema auch für uns hier. Und der hat einen ganz interessanten Einblick, jetzt nichts weltbewegendes Neues und nicht jetzt die krassesten Details, aber hat ein paar Sachen bestätigt, die ja schon immer so gegenüber der Academy. Ich spreche die Oscars an, die da schon immer so, sag ich mal, vorgeworfen wurden. Und er hat auch gesagt so, ja, wir dürfen ja nur bewerten, was wir gesehen haben. Und somit hat er direkt und vielleicht etwas direkter, als er wollte, bestätigt, dass sich die Jury oder die Academy eben nicht alle Filme anguckt. Das auch mit mangelnder Zeit begründet und so weiter. Und das war ein ganz interessanter Einblick. Er hat immer so ein bisschen den Vorhang gelüftet, wie das da abläuft und was da eine Rolle spielt. Und da ist er auch auf sich selbst. Das fand ich ganz schön auf sich selbst eingegangen, als er gesagt hat, am Anfang steht so die Kunst im Vordergrund und dann spielt man, spielt man. Und auf einmal, wenn er dann irgendwie den Golden Globe gewinnt und auch noch einen BAFTA Award, dann ist er irgendwann aber auch enttäuscht, dass irgendwie sein Film oder er dann nicht bei den Oscars berücksichtigt werden. Dass er so ein bisschen am Ego kratzt und dass man dann auch so ein bisschen geil wird auf diese Preise. Und dann meint er, das dauert dann eine Zeit lang. Nach so ein bis drei Monaten merken wir dann auch so, ey, warte mal, das war doch jetzt auch gar nicht so schlimm. Und außerdem, ich meine, da habe ich ja andere Preise auch gewonnen. Dass dieser Preis so eine ganz andere Bedeutung auf einmal bekommt. Und dann irgendwann denkt man sich wieder, ach nee, komm, die Kunst steht im Vordergrund. Und das fand ich ganz cool. Also das lege ich auch nochmal dir und allen unseren Hörern ans Herz, ans Filmherz. Sehr schön. In dem Kontext ist ja auch noch interessant, wo hier die Oscars ja erwähnt werden. Da gibt es ja auch, wir wissen ja, oder beziehungsweise unsere Zuhörer wissen ja, dass das für uns jetzt nicht so der große Filmpreis ist. Und dass für uns halt Filmpreise jetzt auch nicht unbedingt das Maß aller Dinge ist. Also nur weil ein Film einen Oscar oder sonstigen Preis gekriegt hat, steigt noch lange nicht der Wert. Maximal die Aufmerksamkeit, die dieser Film dann vielleicht verdient. Aber es gibt so viele Filme, die es überhaupt gar nicht erst in den Kreis der Auserwählten zu gehören, weil viele Filme gar nicht ins Kino kommen, beispielsweise. Du musst, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Wochen ein Film im Kino gelaufen sein muss, damit der überhaupt erst dort nominiert werden darf. Das ist aber auch nicht mehr aktuell. Das haben sie geändert? Ja, die haben es geändert und ich glaube, die wollen es sogar, glaube ich, komplett kippen. Okay, das heißt, dann werden auch Schuss. Also das ist auch für Streamingfilme, ja. Okay. Nee, das finde ich gut. Das hatte ich jetzt so nicht mitgekriegt. Darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Ja, da kann man doch quasi mit dem Smartphone einen Film drehen, der auf Netflix läuft, und dann könnte der theoretisch nominiert werden. Ja, aber das Problem ist, wenn da sehr viele Schwarze mitspielen, dann schauen sich die weißen Juroren der Academy sich den Film vielleicht gar nicht erst an. Meinst du? Ja, ich habe das so ein bisschen aus Daniel Brüß' Aussagen heraus auch rausgehört. So ein bisschen. Nee, nee, nee. Also kann man vielleicht, aber nee, zieh dir das mal rein. Also so sagt das nicht und vielleicht auch nicht in die Richtung. Wir spielen hier gerade auf einen Film an, der auf Netflix läuft. Und zwar, Peter? High Flying Bird. Da geht es um Larry Bird. Genau, ich wollte gerade sagen, da geht es um Boston Celtics Own Big Idol Larry Bird. Nee, geht es nicht. Ist ein Film, der auf Netflix läuft, aus dem Jahr 2019. Das interessante Regie, Kamera und Schnitt, Steven Soderbergh. Ja. Der dürfte ja einigen bekannt sein. Und der Film wurde auf einem iPhone 8 gedreht. Was man auch merkt, finde ich. Das ist so ein bisschen so Fischaugenoptik häufig. Ja, das stimmt. Weil man ja nicht so ein Weitwinkel-Objektiv, also man hat sowieso auch keine Objektive, die man dran schrauben kann. Man kann die Linsen, die Brennweiten nicht verändern. Das merkt man dem Film schon an. Aber hier ist gar nicht, obwohl die Form sehr interessant ist, ist der Inhalt viel wichtiger. Peter, worum geht es denn? Es geht um D-N-B-Focken-A. Also es geht um die Basketball-Profil-Liga NBA. Nein, darum geht es tatsächlich nicht. Es geht um weiße Menschen, die schwarze Menschen unterdrücken. Und das am Beispiel von Basketball. Also jetzt mal ganz... Genau, ja, ich hatte gedacht, du erzählst jetzt die Synopsis oder die Story. Soll ich dir kurz erzählen? Ja, wenn du das magst. Okay. Es ist ein Streik in der NBA, ein sogenannter Lockout. Das gab es auch zuletzt, 2011, glaube ich. Ja, darauf wird ja auch hier angespielt. Darauf wird angespielt. Und da ist ein Spieleagent, der heißt Ray Berg, der Ray Ray. Gespielt von Andre Holland. Den kennen wir aus Selma, Moonlight und Widows unter anderem. Cooler Schauspieler. Ja, der sucht nach einer Möglichkeit, irgendwie, ja, so ein Business Opportunity im Prinzip. Er hat so einen Rookie unter Vertrag, das ist der Eric Scott. Der wird von Melvin Gregg gespielt und ist passenderweise, könnte man sagen, ein Rookie im Filmgeschäft. Weil er noch nicht so viele große Filme gedreht hat. Und er klärt dann so ein bisschen über die Hintergründe des Business halt auf und über das Sportgeschäft und so weiter. Und dieser Eric hat Streit mit einem zukünftigen Teammate, Jamiro Umber. Deshalb kommt der Ray Ray, der will gar nicht so genannt werden, außer von seiner Mutter, kommt auf die Idee, eine eigene Liga zu gründen. Er sagt, er will sich unabhängig machen von den Besitzern der Mannschaften, die auch meist weiß sind. Ja, will die Spiele im Internet übertragen. Das kommt daher, dass es irgendwann ein One-on-One gibt zwischen den beiden Rookies oder zwischen diesen beiden baldigen Teamkollegen. Und dass da ein paar Leute mitschneiden und dann online stellen. Und das ist eigentlich so ein Aufeinandertreffen, der von zwei großen Hoffnungen ist in dem Sport. Genau, und er hat 72 Stunden Zeit, um diesen Plan umzusetzen. Korrekt. Das ist so das, was da passiert. Aber im Prinzip geht es genau darum, was du sagtest. Ja, und damit halt auch stellvertretend um den Profisport an sich. Das kann man auch auf Fußball beispielsweise runterbrechen. Hier geht es halt auch um Werbung und es geht halt um die Strukturen und es geht halt auch, wie es halt in kapitalistischen Ländern hier runtergebrochen auf ein Unternehmen. Ungleiche Bezahlung beziehungsweise ungleiche Verteilung von Gehältern. Genau, ja, Erfolgsdruck spielt eine Rolle. Es geht um eine Marketingmaschinerie, die weder Freund noch Zeit kennt. Das muss alles immer schnell gehen und Loyalität spielt keine Rolle, denn es geht ums Kapital. Was ich eben noch vergessen hatte, es gibt Zwischenschnitte auf echte NBA-Spieler. Drei an der Zahl, und zwar Reggie Jackson, Karl-Anthony Towns und Donovan Mitchell. Und die erzählen so ein bisschen, die plaudern so aus dem Nähkästchen und zwar hauptsächlich über ihre Zeit als Rookie und was sie da gelernt haben. Und das ist auch höchst interessant. Ja, ich hatte teilweise leichte Schwierigkeiten nachzuvollziehen, worum es bei man dem einen oder anderen Gespräch ging, so zwischen den Agenten, zwischen den Managern, zwischen den Teambesetzern und den Spielern. Ja, kann ich verstehen. Okay. Obwohl ich so, ja, keinen wirklichen Einblick in diese Industrie habe, aber dadurch, dass mein Bruder halt auch in dem Bereich tätig ist und dadurch, dass ich halt auch schon ein großer Fan der NBA bin und halt auch den Lockdown 2011 mitgekriegt habe, was ja damals auch dazu geführt hat, dass die Saison verkürzt war auf weniger Spiele. Lockout, ne, nicht Lockdown. Habe ich Lockdown gesagt? Ja, der Lockdown findet gerade statt. In den USA. Ja, war ein Versprecher. Lockout. Das Interessante war, weil das ja hier auch im Prinzip behandelt wird, also die greifen halt schon die realen Probleme auf. Hier ging es halt hauptsächlich um die Verhandlungen von der unterschiedlichen Verteilung der Gelder, ne, weil die Teambesitzer und im Prinzip das ganze Management und so, die haben so um die 48 Prozent oder vielleicht ein bisschen weniger am ganzen Kapitalfluss gehabt, während die Spieler dann ein bisschen mehr als die Hälfte hatten, wobei die ja quasi die ganze Zeit die Leistung bringen. Daran sieht man halt auch, dass es hier auch so ein bisschen um Abhängigkeiten geht, nicht um Macht und Kontrolle, sondern halt vor allem auch um Abhängigkeiten. Ja, die geschaffen werden, damit man eben Macht hat und zwar über Spieler und vor allem über eine Sportart, wenn wir jetzt hier Basketball nehmen. Es ist ein Sportart, die insbesondere von schwarzen Menschen aus der Unterschicht erfolgreich praktiziert wird. Und kontrolliert werden sie meistens von weißen, wohlhabenden Menschen aus der Oberschicht. Ja, gut. Aber ich meine, das kannst du halt wirklich für jedes Unternehmen dieser Welt, glaube ich, sagen. Ja, ja, das ist ja auch nur ein Beispiel für etwas. Aber gerade hier ist das ja auch eine Sportart, da kommen viele Menschen der verschiedensten Couleur zusammen, in einem Publikum von einem Basketballspiel oder auch bei einem Fußballspiel, da sitzt der Banker genauso wie der Schüler und genauso wie vielleicht auch der Arbeitssuchende, der Student und der normale Büroangestellte. Ja, aber wahrscheinlich dann auf unterschiedlichen Plätzen, ne? Ja, wahrscheinlich auch das noch, ja. Gerade beim Basketball sitzen eigentlich nur die Stars ganz vorne. Ja. Also in New York hat Spike Lee, glaube ich, die erste komplette Reihe ist nur für ihn. Sogar die Spieler der New York Knicks müssen manchmal hinter ihm sitzen, damit er genug Platz hat, um die Spieler der anderen Vereine lang zu machen. Ja, zu beleidigen, zu erniedrigen. Das macht er schon mal ganz gerne. Oh ja. Sehr sympathischer Mensch. Nee, ja, er ist wirklich nicht sympathisch. Ich weiß, du hast den ja, du findest den richtig scheiße. Ich finde zumindest seine Filme nicht immer scheiße, aber als Typ ist der, glaube ich, das hat mal, wo habe ich das gesehen? Ich glaube, das war in dieser Quentin Tarantino-Doku. Da hat Jamie Foxx was über Spike Lee gesagt. Und er meinte so, der ist so dieser alte Mann, der auf der Terrasse sitzt. Und wenn dann einer vorbeikommt, irgendwie so, ey, runter von meinem Rasen. Jetzt nicht in der brutalen Gran Turismo-Edition, aber einfach so dieser alte, frustrierte Mann. Ich glaube, so ist der. Ja, klingt sehr ähnlich. Kommt mir sehr bekannt vor, das wollte ich sagen. Was ich sehr schön fand oder sehr interessant, dass Reggie Jackson irgendwann sagt, er nennt das Spieler wie Steph Curry oder LeBron James. Er nennt diese Spieler und betont, das sind genau die Spieler, die immer noch Spaß an dem Sport, Basketball haben, dass die erfolgreich sind. Ja, das ist, glaube ich, eine allgemein gültige Regel. Wenn du an etwas Spaß hast, dann wirst du das wahrscheinlich auch, da du mit Leidenschaft dran bist, besser machen. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die, weiß ich nicht, nach einem gewissen Erfolg, dass sich da so eine Müdigkeit einstellt oder dass sie dann sagen, so, ah, jetzt muss ich nicht mehr so viel machen oder so. Nee, aber die sind halt durch den Sport angetrieben und nicht durch Werbeverträge, nicht durch Agenten, nicht durch die Kohle an sich. Ja, aber das kommt ja auch tatsächlich in den quasi Original-Interviews durch. Da wird ja auch so ein bisschen darüber philosophiert, was den Rookie quasi ausmacht, beziehungsweise was den Rookie, den einen Rookie von dem anderen unterscheidet und das ist halt, dass man sich nicht auf der Draft-Benennung sich ausruht, sondern halt danach halt auch noch, ja. Da muss man arbeiten. Genau, genau. Muss man abliefern. Wie gefällt dir denn High Flying Bird? Ich fand den insgesamt ganz cool. Ich war sehr skeptisch, was diese iPhone-8-Geschichte angeht. Man merkt das, wie du schon gesagt hast, hauptsächlich durch diese Fischaugen-Geschichte. Aber ansonsten bin ich sehr erstaunt, was man heute für eine Qualität mit solchen Handys, die ja eigentlich fürs Telefonieren ausgelegt sind. Schon lange nicht mehr, Peter. Ja, aber trotzdem ist der primäre Nutzen ist doch eigentlich immer noch das Telefonieren. Du kannst damit natürlich im Moment mittlerweile alles Mögliche machen, aber dass das technisch schon so krass ausgreift ist, dass man schon in Anführungsstrichen genau hinschauen muss, um zu erkennen, dass es halt nicht mit einer normalen Filmkamera gedreht ist, das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja, mich stört ein bisschen dieser Digitallook. Da ist halt gar kein Filmkorn, da ist nichts, ja, das ist alles so ein bisschen glatt poliert. Das kann auch einen gewissen Charme haben. Vielleicht ist das hier gerade in den Szenen, in denen sie in diesen großen Wolkenkratzen, in den Büros sind, da passt das auf jeden Fall. Sonst fand ich es nicht immer gut. Aber ich finde erstmal, der Cast ist unglaublich krass. Ja, ich bin mittlerweile auch großer Andrew-Holland-Fan und besonders die Zazie Beats. Die Zazie Beats, die man natürlich aus Atlanta kennt oder aus Deadpool. Ja, die finde ich auch sehr stark. Die ist großartig. Die spricht auch fließend Deutsch übrigens. Ah. Die kann akzentfrei Deutsch und Englisch sowieso. Bill Duke ist auch dabei. Kennen wir aus Predator oder Mandy. Und Kyle McLaughlin. Ja, hier aus Twin Peaks oder Showgirls. Da kenne ich den auf jeden Fall auch noch. Stimmt. Caleb McLaughlin aus Law & Order, Stranger Things. Übrigens dann, was ich interessant fand, Zachary Quinto, die kennen wir aus Heroes oder auch der Spock in den neuen Star-Trek-Filmen. Stimmt, ja. Ich hatte zuerst gedacht, das wäre Eli Roth. Ja, der saß die ganze Zeit so im Dunkeln, ne? Also man hat ihn ... Ja, da war viel Gegenlicht. Und ich finde, der sah aus wie Eli Roth. Der hat eine krasse Ähnlichkeit. Und ich habe mich sehr gefreut über Sonja Sohn. Die kenne ich nämlich aus The Wire. Das ist die Managerin, oder? Ja, genau. Die dann auch irgendwann sagt von wegen, ähm, get the fuck out of my office. Ja, das fand ich so geil. Ja, das war eine super Szene. Ja. Also insgesamt ist es ein gutes Ding, ne? Würdest du schon empfehlen. Auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Ich auch. Ich finde das wirklich sehr gelungen. Da geht es hier wirklich mehr um den Inhalt, der manchmal nicht so beim ersten Mal direkt verständlich ist. Das sehe ich auch wie du. Aber das große Ganze, das Thema ... Ich finde auch, dass diese Schwarz-Weiß-Thematik sehr subtil gehandhabt wird. Ja. Aber trotzdem die Aussage da sehr deutlich ist. Haben wir ein paar lustige Charakter, wie die Mutter von dem einen Spieler von seinem Konkurrenten, die da so super religiös ist und super gottesgläubig. Ja. Oder halt Bill Duke in seiner Rolle als Basketball-Coach, der dann da seine Regeln hat. Und die Regeln gelten immer da, wo er gerade ist. Richtig. Und immer den Herrn preist und alle seine schwarzen Völker. Was ich auch noch sehr bemerkenswert finde, ist, dass das Ganze in drei Wochen gedrückt wird. Okay, ja. Das ist krass. Auf jeden Fall. Das ist ja, meine ich, auch eine Netflix-Originalproduktion, die wir empfehlen können, weil es hier nicht nur um die Strukturen in dem Sport, in dem Fall jetzt Basketball geht, sondern auch in gewisser Form da mit gesellschaftliche Probleme und quasi halt Rassenprobleme in den USA so ein bisschen abhandelt. Ja. Sehr schön. Sag mal, bevor du zu Adams Äpfel kommst, da sag ich schon mal, das ist einer meiner Lieblingsfilme aus Dänemark. Ja. Ich habe mir noch Hellraiser 2 angeguckt. Oh. Wieso? Hellraiser Hellbound. Ja, wir waren doch letztens bei den Bewegtbild-Banausen zu Gast. Ja. Das ist mittlerweile ein befreundeter Podcast. Da waren wir beim Guess und beim Lee. Das sind beides wirklich sehr adrette, feine Herren aus Berlin. Sehr nette Jungs. Ja, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da hat jeder von uns zwei Filme vorgestellt. Also du zwei, ich zwei und jeweils die anderen beiden auch zwei. Und wir haben eine Diskussion über Sequels gehabt. Also wer das noch nicht gehört hat, geht mal bitte zu den Bewegtbild-Banausen und zieht sich das mal rein. Oder hatte irgendjemand von uns, hatte mal behauptet, dass Hellraiser 2 besser ist als der erste? Wer hat das denn behauptet? Welcher Idiot? Weiß ich nicht. Dafür muss man sich die Folge anhören. Okay. Ich habe mir daraufhin, ich habe das mal als Ausrede genutzt, endlich diesen Film nochmal zu gucken, weil ich den schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Und ich bin nach wie vor begeistert. Ich finde den immer noch toll. Ich finde die beiden, die ersten beiden, die gehören irgendwie zusammen. Die funktionieren als ein Team und als ein Double Feature sehr, sehr gut. Als Ergänzung vor allem auch, ne? Genau. Der zweite baut ja komplett auf dem ersten auf und funktioniert ja so alleine sonst auch gar nicht. Deswegen ist die Frage, nicht nur an dich, Peter, sondern vor allem auch an die Hörer. Aber habt ihr mal Bock, dass das vielleicht ein Thema wird in einer Episode Rückspiegel? Ja? Ist das ein Kandidat für unser Format Rückspiegel? Schreibt das nochmal bitte in die Kommentare. Wird mich sehr interessieren. Ja, ich sage jetzt mal nicht nein, ansonsten hätte man sich das jetzt auch schenken können. Genau. Ach ja, und dann habe ich noch Deathgasm gesehen. Oder wie er in Neuseeland heißt Deathgasm. Den hatten wir schon mal auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Und den habe ich mir auch vor ein paar Jahren auf Blu-ray gekauft. Und jetzt habe ich mir den nochmal angeguckt, weil du letztens gefragt hattest, da hatte ich Heavy Trip gesprochen aus Finnland. Und du gefragt hattest, inwieweit der denn ähnlich zu Deathgasm ist. Und da konnte ich mich nicht mehr so gut erinnern, weil das so lange, Deathgasm so lange her war. Und der ist beim zweiten Mal gucken, fand ich Deathgasm auf jeden Fall viel lustiger als beim ersten Mal. Auch wenn teilweise der Humor, das Timing nicht funktioniert bei dem einen oder anderen Schauspieler. Aber es zünden mehr Gags, als ich in Erinnerung hatte. Und völlig vergessen, dass da einem Dämon irgendwie mit so einem Dildo der Unterkiefer zerfickt wird. Das ist ja echt Wahnsinn. Oh krass, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, da gibt es ein paar Superszenen, auch mit so einem Vertikutierer. Da wird so ein Penis abgeschlagen und Kettensägen. Und der ist auch viel brutaler und blutiger. Wenn ich das sehe, dann stellt sich mir immer wieder die Frage, wie es denn damals Braindead nicht geschafft hat. Der Film ist hier, also Deathgasm ist hier ab 18 ungeschnitten. Und Braindead kommt nicht aus dem Giftschrank raus. Auf jeden Fall, bietet Spaß. Schöne Splatter-Komödie. Und jetzt Peter, du mit Adamsäpfel. Ich habe wieder so viel geredet, sorry. Ja, alles gut. Ich höre dir gerne zu. Und ich glaube, das tun unsere Zuhörer auch. Das ist ja auch eine sehr sanfte, beruhigende Stimme, wie ich gehört habe. Aber gut, dann komme ich mit meiner etwas brachialeren und raueren und verhusteten Stimme und sage kurz ein paar Worte zu Die Äpfel des Adams aus dem Jahre 2005. Und das ist so eine fantastische Groteske eines gewissen Herrn Anders Thomas Jensen, der schon sehr früh im dänischen Kino für Furore gesorgt hat. Denn er hat nämlich das Drehbuch für In China essen sie Hunde geliefert. Hat aber dann auch so Klassiker, die man sich heute aus der Filmlandschaft nicht mehr herausdenken kann, wie der nicht hier Delikatessen. Oder auch einen meiner Favorites, Flickering Lights. Oder auch, der ist glaube ich etwas jünger, so maximal fünf Jahre alt, Man and Chicken. Der war dann schon ein bisschen perverser. Da ging es auch ein bisschen um Sophie Lee. Hier haben wir einen aufstrebenden Mads Mikkelsen, quasi in der Hauptrolle, die er sich mit dem Herrn Ulrich Thomsen, der den Adam spielt, hier teilt. Ich muss da leider schon lachen, wenn ich mir die Figuren vorstelle. Der Film ist so geil, ich könnte den auch nochmal wieder gucken. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Also das ist auf jeden Fall ein Film, der immer wieder gute Laune macht. Und eigentlich ja relativ, ja der ist schon sehr brutal und vor allem der behandelt halt auch schwere Themen. Ist unfassbar düster, dieser Film. Ja, auf jeden Fall. Aber so lustig dabei. Genau, also ganz kurz zum Inhalt für die ein, zwei, die ihn nicht kennen, den ich den Film wärmstens ans Herz lege. Besonders wenn man mal in einer miesen Stimmung oder in einer religiösen Krise ist, dann sollte man sich den Film auf jeden Fall anschauen. Ja. Ja, also es geht halt im Prinzip um einen Pfarrer, der auf dem Dorf, in einer abgelegenen Kirche, sich um verlorene Seelen kümmert. So, darunter sind Triebtäter, Alkoholiker, Tankstellenräuber, der eine klaut, der andere schießt wild mit Knarren um sich etc. Also es sind halt so ein bisschen verlorene Seelen, die so vom Pfad abgekommen sind. Und denen hat er sich angenommen und versucht sie halt quasi zu resozialisieren, also wieder zu einem normalen Leben zu führen, ohne dass sie sich oder andere gefährden. Und dann kommt eines Tages ein Neonazi ins Spiel, der Adam, der wird, ja ich glaube, der wird dazu auch verdonnert dort halt. Ja, ich glaube, es war die Wahl, das oder Gefängnis. Ja, genau, genau. So, ist die Alternative, die ihm natürlich dann besser gefällt. Und ja, die erste Begegnung der beiden ist halt auch schon sehr interessant, weil man halt merkt, dass die beiden überhaupt nicht auf einer Wellenlänge sind. Und dass der Ivan, Mats Mikkelsen, der Pfarrer, dass der auch die Boshaftigkeit des Adams zwar schon erkennt, aber auch völlig ignoriert. Ja, der überhäuft ihn dagegen halt mit seiner Herzlichkeit. Das ist einfach so ein schöner Kontrast. Genau, und das ist so ein wunderbarer Mensch, aber dann im Endeffekt erfahren wir dann im Laufe des Films noch das eine oder andere, worauf ich jetzt auch noch komme. Aber auf jeden Fall im ersten Gespräch der beiden setzen sie sich ein gemeinsames Ziel. Und das ist, dass der Adam in der Zeit, die er dort verweilen soll, einen Apfelkuchen backt. Das war tatsächlich auch seine Idee, die er zwar nicht ernst formuliert hat, aber der Ivan fasst es halt ernst auf und setzt ihm sozusagen dieses Ziel. Ja, und daraus entsteht dann ein sehr schwarzhumoriger, sehr ironischer, sehr zynischer, sehr absurder Film. Quasi ein Machtkampf im Endeffekt dann auch zwischen den beiden Figuren. Im Prinzip ringen beide um das Paradies, weil wir haben hier so viele biblische Anspielungen. Abgesehen davon, dass wir einen Pfarrer haben in der Kirche, haben wir Adam. Das ist so ein bisschen Engel und Teufel, die so auf der Schulter sitzen und moralisch immer so die krassen Gegensätze so hin und her werfen. Und der Neonazi oder Skinhead oder wie auch immer man ihn jetzt hier bezeichnen möchte, der stellt halt das komplette Leben hier auf den Kopf. Und ist auch die Figur, mit der wir sozusagen die Geschichte erleben. Weil er immer mehr Einblick hinter die Figuren und hinter die Fassade vor allem des Pfarrers halt Einblick gewinnt. Also ich möchte hier nicht spoilern. Aber hinter der Fassade, hinter dieser freundlichen Fassade des Pfarrers steckt halt sehr viel Verdrängung. Inwieweit das wird dann halt auch noch in sehr, sehr herrlich komischen Szenen halt aufgedeckt. Ich fand den Film von vorne bis hinten dramaturgisch absolut perfekt. Auch mit einer sehr treffenden Pointe. Der hat in jeglichen Figuren hat er absolut überzeugt. Da möchte ich den gewalttätigen Araber, der von Ali Kassim gespielt wird und den Alkoholiker und Kleptomanen Nicolas Bro noch kurz erwähnt haben. Der Tennisspieler. Genau. Medizin, ne? Bring mir meine Medizin mit. Ja. Und das halt in den ungünstigsten Situationen. Also der Humor. Also unter den dänischen Filmen ist das schon mit Abstand, glaube ich, der lustigste Film. Ja, ich habe den auch schon, ich weiß nicht wie häufig gesehen. Jetzt längere Zeit schon nicht mehr. Aber ich erinnere mich halt direkt an alles, wenn du darüber sprichst. Und musst halt einfach lachen. Weil das, ja, gleichzeitig ist der halt so ein Plädoyer für das Leben und irgendwie für das Gute im Menschen. Das traut man dem Film eigentlich gar nicht zu. Das ist aber echt einfach herrlich. Das ist ein hervorragender Film, der mit einer vermeintlichen Leichtigkeit so viel schafft. Ich weiß nicht, ob das andere Drehbuchautoren oder Regisseure so in dieser Form schaffen, so viele Themen und so viele krasse Lebensweisheiten auch so unterhaltsam, lustig zu verpacken, aber gleichzeitig so stark zum Denken anzuregen. Also es ist schon wirklich ein Kunststück. Das Interessante ist auch, dass die Kirche den Film komplett abgesegnet hat, was man ja auch bei solchen Filmen nicht immer hat. Ich glaube, der Grund ist, weil sie hier darin halt auch das wirklich das Gute sehen. Weil im Endeffekt ist der Rechtsradikale, hier der Adam, im Prinzip ist er der Erlöser für einen Pfarrer, der sein Leben quasi anderen Seelen opfert, ohne dabei jemals an sich selbst zu denken. Und im Endeffekt ist es auch so, dass der Adam, der Neonazi, der Rechtsradikale auch so eine Art Katharsis durchmacht. Ja, das und er bringt natürlich auch die Realität rein. Genau. Also der holt diese anderen Figuren, die ja völlig in so einer Blase schweben, holt ihn mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Ivan ist ja auch komplett realitätsfremd, indem er halt diese ganzen, indem er das Böse einfach ignoriert und nicht sieht, dass das auch Teil des Lebens ist. Ja, ich kann nicht mehr zu diesem Film sagen als genial. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, weil wir hier auch nie wissen, sollen wir gerade lachen oder sollen wir eher Mitleid fühlen? Das Lachen bleibt einem häufig im Halse stecken. Im Endeffekt ist das ein sehr unterhaltsamer Film, unter dessen Oberfläche man noch so viel finden kann. Da empfiehlt sich dann natürlich auch ein häufigeres Anschauen. Also diese Oberfläche ist ganz dünn, muss man gar nicht viel kratzen, um da runterzukommen. Achso, ja, klar. Mehr Worte möchte ich zu diesem skurrilen, tiefgründigen, der es aus Sverschwell abgesehen hat, Film auch gar nicht mehr sagen. Ich ziehe mir den gleich wieder aus dem DVD-Regal und werde den, glaube ich, heute nochmal gucken. Sehr schön. Danke, dass du mich nochmal daran erinnert hast. Sehr gerne. Ja, ein Film, der das komplette Gegenteil ist, den habe ich letztens im Kino gesehen. Und zwar Monos aus dem Jahr 2019. Eine Produktion aus, Achtung, Kolumbien, Argentinien, Niederlanden, Dänemark, Schweden, Deutschland, Uruguay und den USA. Da hat ein Land nicht gereicht, oder was? Was eine Kombination. Hauptsächlich Kolumbien, Regie und Drehbuch führten hier Alexis dos Santos und Alejandro Landes. Der Film soll ganz lose auf der Herr der Fliegen basieren. Ich habe das auch nur so teilweise gesehen. Es geht hier um so eine Gruppe von Guerillakämpfern, die alle so Jugendliche sind. Ich glaube, einer der Ältesten ist schon 15. Und die haben so eine amerikanische Frau in Gefangenschaft. Zwischendurch kommt so ein Kommandant bei denen vorbei, trainiert die. Und die leben nach so ganz bestimmten Regeln, wie das halt im Militär der Fall ist. Dann kommt dieser Kommandant und drillt die richtig. Und kriegen am Anfang eine Kuh geschenkt. Okay. Ja, es gibt halt so gewisse Regeln. Und die nehmen diese Regeln nicht nur an, sie setzen sie um, sie feilen weiter daran und pflegen selbst diese Rituale und erfinden auch, generieren eigene Rituale. Wie gesagt, ich möchte gar nicht so viel zu dem Film sagen, weil man vielleicht auch gar nicht so viel schon vorwegnehmen sollte. Das ist ein sehr bildgewaltiger Film. Danach auch, man ist so emotionsaufgeladen, weil der schon echt hart ist in der Bildsprache. Das, was passiert, wie gesagt, diese Kinder, die durch diesen nordkolumbianischen Dschungel da sich bewegen und einfach in so einer komischen Militärdiktatur. Und ich meine jetzt nicht, also das ist nicht die Regierungsform, sondern einfach, dass das Militär an sich wie eine Diktatur strukturiert ist und dass sie in diesen Strukturen eben leben und dann irgendwie da ausbrechen. Später oder ausbrechen wollen. Es hat mich vom Stil, und das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, an Es ist schwer, ein Gott zu sein erinnert und an The Wild Boys. Wenn man den gesehen hat, kann man das, glaube ich, nachvollziehen. Wenn man das so sagt, also der ist jetzt nicht wie Es ist schwer, ein Gott zu sein. Der ist zwar auch etwas, ja genau, also der ist jetzt nicht ganz so schwerfällig und nicht ganz so sperrig, aber auch ein bisschen. Und The Wild Boys, einfach weil es halt viele junge Menschen sind, nicht nur Jungs, sondern eben auch Damen und auch so ein queeres Element da reinkommt. Ja, so ein bisschen schwules Kino, weil es ist da manchmal auch egal, die machen Erfahrungen eben mit dem gleichen Geschlecht oder mit dem anderen Geschlecht. Das spielt da zunächst keine Rolle. Und man ist so als Zuschauer wirklich zum Voyeur verdammt. Man kommt da raus aus dem Film und denkt erstmal, ich muss das mal sacken lassen, weil man da so viel gar nicht zu sagen kann. Es ist eine bildgewaltige Mixtur aus so Anti-Kriegsdrama und Milieustudie. Ja, kann man auch so sehen. Also da sehe ich auch ein paar Elemente drin. Ja, das bringt es auch auf den Punkt. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Das kann ich sagen. Und da bin ich mal gespannt, was andere dazu sagen. Es ist natürlich mehr als eine Anspielung auf die Situation in Kolumbien, weil da das Militär gerade in den vergangenen Jahren ja noch eine ganz andere Rolle eingenommen hat. Das muss ich jetzt hier nicht ausführen. Das hat jeder, glaube ich, in den Nachrichten mitbekommen. Und wenn nicht, kann man das auch nachlesen. Das ist dann, glaube ich, gerade für die Regisseure da auch ein ganz besonderes Ding. Und für die Drehbuchautoren sind ja beide in Personalunion. Und ja, beeindruckender Film, aber schwer einzuordnen. So wie das Leben und wie das Militär an sich auch. Ja, sollte man sehen. Gerade im Kino kommt der wirklich sehr fesselnd rüber. Wie ist das mit der Spielzeit? Weißt du noch, wie lang der ungefähr ist? Nee. Okay, das heißt der, ja okay, aber das heißt der vergeht, ohne dass man auf die Uhr guckt. Der geht unter zwei Stunden. Ja. Ja, und der fühlt sich auch überhaupt nicht lang an. Man ist da wirklich gefesselt von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und ja. Ich habe da mal ein, zwei Sachen zugelesen. Unter anderem wurde da Werner Herzog in dem Kontext genannt. Kannst du das nachvollziehen? Okay, ja, ich kenne nicht so viele Sachen von Werner Herzog. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Eher dann so diese Dokumentarsachen. Herausragend ist auch noch teilweise eine gewisse Art von sehr krudem Humor. Ja. Diese Kuh kommt nämlich ums Leben und wie sie ums Leben kommt, ist irgendwie etwas abstrus und vor allem die Konsequenzen, die daraus folgen. Ja, das hat so ein gewisses Comedy-Element, aber das wird vielleicht auch Leute, die jetzt noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt, wahrscheinlich auf eine falsche Fährte führen. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, läuft jetzt wieder in Kinos, also in kleineren Programmkinos. Das war nämlich ein Film, den ich auch vor der Kinoschließung auf jeden Fall noch sehen wollte. Habe ich jetzt nachgeholt. Okay, es geht also quasi um Leben und Sterben in Kolumbien. So kann man das auch ausdrücken, ja. Okay. Das war eine Selbstüberleitung zu einem Film von William Friedkin. Ja, aber brillante Überleitung. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, wie gesagt, von William Friedkin, den ich, glaube ich zumindest, über der Exorzist kennengelernt habe. Später kamen dann noch Sachen zu, wie French Connection oder auch, ja, ich glaube aus den Zehnern, 2010ern, Buck. Das ist ein Regisseur, der sich auch, ja, relativ breit aufgestellt hat in seinem Schaffen. Ja. Ja, also viele Genres bedient hat und in Leben und Sterben in L.A. hat er sich halt auch nochmal dem Action-Thriller zugewandt. Und ich meine, dass auch viele den Film häufig mit French Connection vergleichen. Eine Sichtung von French Connection mit dem großartigen Gene Hackman ist für mich jetzt wirklich so lang her, dass ich den Vergleich nicht mehr ziehen kann. Ja, die too. Aber beide Filme nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Also auch den Leben und Sterben in L.A. Dann lohnt sich vielleicht eine Widersichtung, ein Aufrichten. Ja, ich habe jetzt noch, dass es ein absoluter 90er-Film ist. Es ist ein 85er-Film und es ist ein 80er-Action-Thriller. Also das meinte ich nicht. Ich meine, das fühlt sich an wie ein 90er-Jahre-Film. Es erinnert mich zumindest an die Zeit in den 90ern, als ich angefangen habe, viele Filme zu gucken. Sagen wir es mal so. Das ist eine sehr subjektive Einschätzung. Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz kurz was zur Geschichte. Wir haben im Prinzip von vornherein sehr viele Klischees bedient, was die Geschichte angeht. Wir haben einen Partner, der getötet wird. Wir haben den Partner, der halt überlebt, der will Rache nehmen und dabei die Grenzen zur Legalität quasi überschreitet. Der Partner, der überlebt, wird hier gespielt von William L. Peterson. Ich glaube, den kennen die meisten. Also ich zumindest kannte ihn hauptsächlich aus CSI Las Vegas. Der spielt hier Richard Shans, der quasi die Fährte aufnimmt von dem Geldfälscher Eric Masters. Das ist also hier quasi der Antagonist und der vermeintliche Mörder seines Partners, der hier famos gespielt wird von William Dafoe. Sehr jung und noch nicht so abgedreht, wie das später der Fall sein sollte. Aber schon mit einem diabolischen Grinsen, das einem schon manchmal den Schauer auf dem Rücken beschert. Und er begibt sich halt auf dessen Fährte und dann geht es halt, ne, Drogen, ne, Drogen, ja, sie haben auch eine kleine Rolle, aber hauptsächlich halt das Geldfälschen. Es kommt dann natürlich noch ein neuer Partner mit ins Spiel. Der wird gespielt von John Pankow, den ich tatsächlich nur aus Mad About You kenne. Ansonsten hat er, glaube ich, eher so, ja, kleinere Rollen gespielt. Hier ist auch quasi nur der Sidekick von dem Richard Shans. Und der ist dem Ganzen, also den Methoden seines Partners ist er halt sehr skeptisch gegenüber. Das heißt, er ist so ein bisschen die Vernunft in der Geschichte, also in der Beziehung der beiden Cops. Auf jeden Fall geht es dann halt um quasi einen Rache-Feldzug des Cops, der halt den William Dafoe ans Messer liefern möchte. Und das kann er halt nicht mit den normalen legalen Methoden. Er muss bestechen, hintergehen etc. Und das quasi nicht nur, um ein Geldfälscher-Ding festzumachen, sondern halt vor allem um den Mörder oder zumindest den Auftragsmörder seines Partners halt zu rächen. Das ist ein sehr klassischer Action-Thriller, den man auf jeden Fall so Ende der 80er erwarten würde. Der komplett auf Political Correctness scheißt. Das finde ich sehr herrlich. Das ist mal wieder so erfrischend. Ich weiß gar nicht, habe ich über Midnight Run jemals gesprochen? Ich wollte den, glaube ich, mal vorstellen. Ja, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, weil das hin und wieder geschoben wurde. Ich glaube, der ist irgendwann im Sande verlaufen untergegangen. Aber in dem Zusammenhang ist mir das nämlich auch nochmal aufgefallen, wenn man sich solche Filme anguckt, wie zum Beispiel Midnight Run und Filme aus der Zeit eben, ähnliche Filme. Das ist aus heutiger Sicht mal wieder so erfrischend anders. Nicht, dass das gut ist, was sie da immer von sich geben und so und dass man das heute aus heutiger Sicht unterstützt oder auch aus damaliger. Aber es versetzt einen mal wieder in so eine andere Zeit. Das ist ganz interessant. Ja, heute hast du halt auf jeden Fall meistens einen, vor allem was den Helden angeht, einen, den du nicht großartig hinterfragen musst. Da haben sie alle noch halt darauf geschissen. Rauchst, gekifft, gekopst, geprügelt, gepöbelt und Frauen hinterher pfiffen. Ja, genau. Nee, aber das... Du gehst direkt in die Vollen. Ja, natürlich, klar. Muss sein. Der Film kennt keine klaren und zeichnet auch keine klaren Grenzen zwischen Gut und Böse, was ich ja grundsätzlich bei solchen Filmen immer ganz cool finde, sondern zeigt dann halt auch diese Vermischung, also dieses Verschwimmen von diesen Begriffen, von diesen Begrifflichkeiten auf. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Der Film ist sehr dimmungsschwankend, also was so die Atmosphäre angeht, mal ist er düster, mal ist er, vor allem auch was die Farbenpracht angeht, ist er mal so ein bisschen auch verklärt, so ein bisschen romantisierend, was so L.A. angeht, weil L.A. ist wirklich ein Drecksloch, also zumindest die Teile, die ich da gesehen habe, also viele Teile, die halt im Film halt auch häufig verschwiegen werden, die sind echt nicht schön. Die Figuren sind halt sehr ambivalent, aber dennoch irgendwie cool und irgendwo dann auch noch so an der Grenze zur Identifikationsmöglichkeit gelegen. Aber dann haben wir natürlich supergeile Action-Szenen, wir haben eine ewig lange wilde Verfolgungsjagd. Der Film hat den einen oder anderen Durchhänger, ist aber ansonsten über weite Strecken echt spannend, mit einem Ausgang, den ich so nicht erwartet habe, das war für mich eine Erstsichtung. Ästhetisch ist er sehr ansprechend, ist schön gefilmt und musikalisch bietet er natürlich, was soll man auch anders erwarten halt, zeitgenössische Musik, hier in Form einer britischen Popband Wang Chung, die ich persönlich jetzt aber auch nicht kenne, aber ist ein sehr funkiger, grooviger Soundtrack, der echt gut zupasst. Und dann haben wir auch noch ein paar sehr coole Nebenrollen, also zumindest Schauspieler-Nebenrollen, sehr cool gecastet. John Turturro, der zwar so ein bisschen untergeht, aber wenn er mal Screentime hat, dann performt er halt auch sehr stark. Der spielt hier so einen Quasi-Spitzel. Dann haben wir noch den Dean Stockwell, den wir von Quantum Leap kennen, der spielt so einen fiesen Boss. Und wir haben Robert Downey Juniors Vater, Robert Downey Senior, der spielt hier den Polizeichef, meine ich. Im Endeffekt wollte ich jetzt auch mit den Schauspielern nur erwähnen, dass man, abgesehen davon, dass sie damals jetzt auch alle, vor allem Peterson und so, Defoe, der auch noch gar nicht so die großen Namen waren, erst später. War jetzt, meine ich, auch nicht um das Sprungbrett, aber so auf jeden Fall die Möglichkeit, sich zu beweisen. Aber die Erwähnung der Schauspieler dient eigentlich auch nur dazu zu zeigen, dass der Film wirklich so seine Schauwerte hat. Und das halt auf vielen verschiedenen Ebenen. Sehr cooler Actioner, der so, ja, auch so ein bisschen Leichtigkeit, nicht so gewollte Tragik transportiert. Er ist natürlich tragisch, aber er zelebriert es auch nicht. Und es suhlt sich nicht darin, ja? Genau, genau. Und das finde ich halt, was heutige Actionfilme angeht, manchmal ein bisschen too much. Da besinne ich mich dann lieber zurück auf solche 80er oder auch frühe 90er Action-Thriller-Klassiker. Bin ich voll bei dir. Also sowas wie Mission Impossible 6 zuletzt ist schon ein Bombast-Kino. Ja. Das auch wirklich Spaß bereitet, so für zwei Stunden. Aber jetzt auch nicht so ein Film, den ich mir dann häufig angucke. Wie gesagt, so diese Filme, die einen in so eine Zeit holen, also die für einen selbst auch noch so eine unbeschwertere Zeit darstellten. Ja. Das ist dann doch auch eher so meins. Guck ich mir nochmal und wieder 48 Stunden an. Ja, richtig. Beverly Hills Cop und keine Ahnung. Ignorant. Ja, Lethal Weapon, solche Sachen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das sind halt auch Filme, die zwar sich, also die kannst du halt zeitlich zuordnen, eine bestimmte Dekade, aber dennoch haben die nichts von ihrem Unterhaltungsscham, sag ich mal, verloren. Ja, aber wenn das nicht eine super Überleitung schon zum nächsten Film wäre. Dann wüsste ich auch nicht weiter. Nee. Also wenn du nichts mehr zu Leben und Sterben in L.A. sagen möchtest, außer dass du natürlich jedem den Film empfiehlst. Vor allem im wunderschönen Media Book von Cape Light. Ja, das sollte man sich besorgen. Gibt es auch noch für gutes Geld, ne? Also es ist noch nicht teuer oder ausverkauft, glaube ich. Ich habe den für unter 15, glaube ich, sogar gekriegt. Da ist er hinterhergeschmissen. Ja. Okay, dann kommen wir doch zu einem Film, der eben so wenig, sag ich mal, der auch zeitkoloriert bildet, hat, aber auch immer noch genauso brillant ist und genauso fantastisch funktioniert, aus unserer Sicht zumindest, wie damals. Aus dem Jahr 1966. Es haben sich auch mal einige gewünscht, dass wir endlich mal wie ein paar Filme dieses Regisseurs besprechen. Es ist ein Film von Mario Barber. Er heißt, und jetzt kommt's, Moment, A Hust, A Hust, Die Toten Augen des Dr. Dracula oder auf Englisch auch Kill Baby Kill oder Curse of the Living Dead oder im italienischen Original Operatione Paura. Das heißt auf Deutsch so viel wie Operation Angst. Ich habe diesen Film vor ein paar Jahren mal geschaut. Kann mich noch erinnern, dass ich den ganz gut fand oder ziemlich gut. Jetzt habe ich den die vergangene Woche nochmal geguckt und habe völlig vergessen, dass der super genial ist, der Film. Wie konntest du das vergessen? Weiß ich nicht. Der Kameramann, den sollte man vielleicht auch mal hier erwähnen, der Antonio Rinaldi. Rinaldi, der bietet hier unglaublich gute Kameraeinstellungen, Blickwinkel, aber auch Kamerafahrten und setzt für die damalige Zeit 1966 auch schon sehr außergewöhnliche und schon progressive Effekte. Ja. Hat viel mit so Gläsern gemacht, die so das Bild verschwimmen lassen, also Sachen, die man heute alles digital machen würde. Und ich finde, der hat eine ganz morbide, unheimliche Atmosphäre, der Film, die mich teilweise auch ein bisschen an Black Sunday erinnert. Also der die Stunde, wenn Dracula kommt, der ja in schwarz-weiß ist, hier die toten Augen des Doktor Dracula, ist in Farbe mit Bunt. Also der ist halt sehr farbenfroh, der Film, auch, also wieder dieses typische Mario-Baba-Farbenspiel drin, aber der ist nicht so quietschbunt. Ja, der setzt Akzente. Genau, ja, das ist schon, da werden so einige Elemente, die werden so betont damit, aber es ist halt jetzt nicht so ein Overkill an Farben. Ja. Das finde ich ganz cool. Ja, Peter, wie war deine jetzt nochmalige Erfahrung mit diesem Film? Auch positiv überrascht. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass er so cool ist. Wenn du die finstere Atmosphäre ansprichst, das ist wirklich der Fall. Das wird verstärkt durch Nebelschwaden, durch gute Beleuchtung, Ausleuchtung und halt durch dieses Farben-Spiel. Aber ein Mehrwert hat tatsächlich dieses Albtraumhafte. Er hat mich in der einen oder anderen Szene, besonders wenn es dann um so eine Wendeltreppe beispielsweise geht, hat er mich auch so ein bisschen an Hitchcock erinnert. Total, Vertigo. Genau. Sehr gelungen fand ich, ja, ich würde das mal als Raumzeitschleife bezeichnen, wenn er, wenn die Figur, wir haben noch gar nichts zur Geschichte gesagt, oder? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, wollte ich dann machen, nachdem du fertig bist. Soll ich es kurz einwerfen? Ja, werf es bitte kurz ein. Ich mach es ganz kurz. Die Hauptfigur ist der Paul Ezwai, der Arzt, ist Doktor Paul Ezwai natürlich, den Doktor wollen wir nicht unterschlagen. Genau, den wir nicht unterschlagen. Und der wird in so ein kleines Dorf gerufen, in dem ganz viele Selbstmorde passieren. Das ist auch direkt schon die erste Einstellung. Der Film wird eröffnet mit einer Sequenz, in der eine junge Dame von so einem Turm fällt auf so einen, wird aufgespießt von so einem Zaun. Ja, und der soll da recherchieren. Genau, recherchieren, was es denn damit auf sich hat, warum. Das ist ja außergewöhnlich, dass da so viele Selbstmorde passieren. Und ja, diese Dorfbewohner zeigen sich jetzt nicht so kooperativ, wie sich das der Arzt oder auch so die Gesetzeshüter da wünschen. Und dann kommt er da so einem Geheimnis auf die Spur. Das ist insgesamt so ein Gothic-Horror-Krimi, könnte man sagen. Ja, definitiv. Ja, mehr braucht man zu der Geschichte nicht. Ja gut, wir können ja noch sagen, dass Kojak mitspielt. Ja. Wird gespielt von Luciano Satenaki. Ist natürlich nur ein Spaß, der sieht dem nur wegen der Glatze ein bisschen ähnlich. Aber hier der Telly Savalas, der wirkliche Kojak, der spielt ja in dem Lisa und der Teufel mit. Stimmt. Ja, der ist aber ein paar Jahre später rausgekommen, 73. Ja, auch ein Barber-Film, richtig. Ja, ansonsten haben wir halt auch einen hervorragenden Cast. Erika Blanc zum Beispiel. Genau, auch hübsch anzusehen. Ich wollte ja eigentlich nur ganz kurz was für diese Raumzeitschleifer sagen. Ja. Wo der Arzt, zuerst denken wir, der läuft einfach durch das Schloss von Zimmer zu Zimmer. und schon beim zweiten Durchgehen durch diese Tür merken wir halt, dass es immer der gleiche Raum ist. Ja, aber nicht nur das. Irgendwann merken wir, dass er einer Person hinterherläuft. Ah ja, stimmt, genau. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Genau, und dann gibt es einen, also wir spoilern natürlich nicht, irgendwann erholt er diese Person auch ein und macht dann eine erschreckende Entdeckung, wer das denn ist. Und das ist halt nur eine von wenigen Szenen, die stellvertretend für sehr passende, albtraumhafte Sequenzen halt herrühren muss jetzt gerade. Und davon hat er halt ein paar. Das macht ja diesen ganzen Krimi auch so interessant, weil er halt dann auch noch mit fantastischen Elementen kommt und halt auch so ein bisschen mysteriös ist. Ja, da sind so viele Tropes, sag ich mal, so Versatzstücke, die man in späteren Horrorfilmen oder auch in heutigen Horrorfilmen immer wieder findet. Wenn zum Beispiel so ein gruseliges kleines Mädchen, so Lachen im Hintergrund, Puppen und halt dann diese Vertigo-Wendeltreppe, die hatte ich dann auch noch mal mir hier notiert. Interessant ist, das kleine Mädchen wird von einem Jungen gespielt. Ach echt? Ja, deswegen sieht die auch so creepy aus. Ach krass. Das ist ein kleiner Junge mit Perücke. Das habe ich hier im Begleittext gelesen. Clever. Er hat irgendwie hundert Mädchen gecastet, der Mario Bava, und war nie zufrieden. Auch noch so ein kleiner Funfact am Rande, dass der Film zwischendurch Budgetprobleme hatte. Also die Produktion konnte nicht weitergehen. Und soweit ich das gelesen habe, hat Mario Bava nichts an dem Film verdient. Hat aber so an sein Team appelliert und meinte so, ey, klar, wir können jetzt warten, bis irgendwie Kohle kommt, oder wir machen es halt einfach weiter. Und die Kunst hat über das Kapital gesiegt in dem Fall. Ja, und das ist wirklich in dem Fall, kann man da nur sehr dankbar drüber sein. Ich finde den wirklich außerordentlich fantastisch, den Film. Ich möchte auch noch mal ganz kurz erwähnen, da du ja eben beim Kind warst, das war mir nicht bewusst, dass das ein Junge war. Um das Kind herum fand ich auch sehr originell. Also zumindest war das so einer der ersten Versuche, Kind mit dem Bösen quasi gleichzusetzen. Ob ich damit jetzt was von der Handlung vorwegnehme? Ja, das funktioniert schon, ist okay. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine schwarzhaarige Frau, die man ja auch mit einer Hexe dann verwechseln könnte, die dann halt genau das Gegenteil davon ist. Also dieser Rollentausch. Ja, also der hat da einige ziemlich coole Elemente zu bieten, die halt noch nicht so klischeehaft sind. Ja. Die damals und vielleicht aus heutiger Sicht auch noch nicht so ausgelutscht sind. Ja, ist auf jeden Fall in seinem Schaffen ein sehr, sehr sehenswerter Film. Die Totenaugen des Dr. Dracula. Da wollte ich immer fragen, Peter, hast du eigentlich in dem Film Dracula gesehen? Also der fängt halt so ein bisschen an wie die Dracula-Geschichte. Aber das war es auch schon. Ja, das mag sein. Es ist ähnlich wie bei Black Sunday, der die Stunde, wenn Dracula kommt, heißt. Dass der Dracula hier einfach zugedichtet wurde vom, weiß ich nicht, vom deutschen Verleih oder von der Synchro-Abteilung. Das weiß ich jetzt nicht genau, wer sich das ausgedacht hat. Das hat hier nichts mit Dracula zu tun. Da heißt, ich habe die anderen Titel ja eben auch schon genannt. Und es gibt eine Szene, in der in der deutschen Synchro die Frau in der Tat sagt, hier, das sind die Totenaugen des Dracula. Und dann habe ich die Szene nochmal zurückgespult. Weil Filme wurden ja damals in Italien ohne Ton aufgenommen und dann nachsynchronisiert. Und dann habe ich mir auf Englisch, auf Italienisch und die deutsche neue Synchro angehört, was da gesagt wird. Und sie hat in keiner der Sprachen irgendwas über Dracula gesagt, außer in der deutschen Synchro. Deswegen nochmal als Beweis. Und es ist nur im deutschen Titel drin und es ist nur in der deutschen Synchro. Kommt da irgendwas mit Dracula? Das war wahrscheinlich einfach nur noch, damit man es aufs Plakat klatschen kann und mehr Leute ins Kino zu bewegen. Hätte der Film aus meiner Sicht aber eh nicht nötig gehabt, weil er einfach wunderbar ist. Das möchte ich und kann ich nur so unterstreichen. Ja, Peter, ich habe auch ein bisschen Hunger. Das heißt, wir könnten mal Feierabend machen. Es sei denn, du möchtest noch was sagen zu die Totenaugen des Dr. Dracula? Also nee, tatsächlich, wir haben ja genug darüber philosophiert. Alles klar, dann verabschiede ich mich von dir, lieber Peter. Und bedanke mich sehr herzlich, wie immer, für dieses tolle Gespräch. Ich verabschiede mich von unserer Filmfressenfamilie und lege natürlich jedem Mitglied dieser Familie ans Herz, sich nicht nur diesen Podcast anzuhören, der mittlerweile werbefrei ist. Dafür könnt ihr uns aber vielleicht unterstützen, indem ihr Merchartikel von uns kauft. Einfach bei Shirty nachschauen. Da haben wir ein paar T-Shirts für euch und demnächst kommen auch Cappies und Hoodies und so weiter und so fort. Und hört euch auf jeden Fall die Folgen von den Kollegen der Bewegtbild Banausen an. Bei der aktuellen Folge sind wir auch zu Gast. Bis demnächst. Tschüss. Dem kann ich nur eins hinzufügen. Ich bedanke mich auch bei dir und bei unseren Zuhörern. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder in unseren Szene viel Podcast reinhören würdet. Bis dahin. Ich wünsche euch was. Und wenn die Kinos geöffnet haben, geht fleißig in Selbige. Bis dahin.